Diskut und Ärger und Streit Soll ich hier den Schiedsrichter spielen? Wer seid denn hier? Was passiert denn hier? Ich hab geglaubt, der Olli wäre hier Bis Wut und Ärger und Streit Soll ich hier den Schiedsrichter spielen? Wer seid denn hier? Was wollt ihr denn hier? Ich hab geglaubt, der Olli wäre hier Ihr seid denn hier? Ich hab google auf